So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Jetzt gerade, 19 Uhr, Punkt 19 Uhr, wurde der nächste C-Day angekündigt und die Leaks und Teaser, dieses Rumgefugge, was sie da gemacht haben, scheint immer noch alles zu stimmen, denn Mabula wurde ja schon angeteasert, wurde ja schon geleakt, wurde gefunden und ich warte immer auf das Offizielle, denn wenn ihr alles auf einmal habt, dann vergesst ihr eh wieder, wann was war, deswegen warte ich, bis die offiziellen News rauskommen, die offizielle News ist jetzt da, auf dem Niantic, auf dem, nee, PokemonGoLive.com, Blog, Post, der Community Day im September wird Mabula sein. So, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, man weiß es nicht genau, wann ist denn der Community Day überhaupt, der findet statt am 23. September, heute ist der 4.9., der findet am 23.9. statt, wir hatten ja jetzt ein C-Day Classic mit Glomanda, das ist dann wieder ein richtiger, da gibt es auch wieder diese Bonus-Raid-Kämpfe dann, damit ihr den künstlich verlängern könnt und ihr habt auf jeden Fall wieder viel, 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 viel mehr Boni und auch diesen zusätzlichen Spezialtausch, den wir bei den ganzen normalen Community Days jetzt immer haben. Mabula wird ja, glaube ich, zu einem recht guten Elektroangreifer, ob der wirklich so krass ist, weiß ich nicht, jetzt kriegt er nochmal eine andere Attacke dazu, Voltwechsel stand auch schon da dabei und, ja, ich kenne mich damit nicht aus, ich kann euch nur sagen, dass es das ist, ihr könnt mir ja mal sagen, ob der dann besser ist oder nicht, selbst in der heutigen Max Out Monday-Folge habe ich ein Mabula gehabt, weil das ein Vorschlag von euch war, das zu maxen auf Level 50, ein 100%iges. Jetzt wäre das natürlich gewesen, das aufzuheben, dann am C-Day zu entwickeln, dass man gleich ein Donarion oder wie das heißt, hat mit der Super C-Day Event-Attacke, außer wenn die Event-Attacke sowieso nichts bringt. 23. September, 14 bis 17 Uhr, wieder genau diese drei Stunden, wilde Mabula erscheint vermehrt wild, wird als Shiny eingeführt, das finde ich auf jeden Fall schon mal cool an dem C-Day, weil es ein Pokémon ist, was wir noch nicht als Shiny haben, was dann erstmals als Shiny auftritt, gerade am C-Day sowieso mit einer richtig guten Chance, als Shiny zu bekommen, da die Familie voll machen, ein paar XL-Bonbons sammeln, alles hin und her, rausgehen, Stunde spazieren gehen, Battle mit Pupsi, muss auf jeden Fall drin sein. Exklusive Attacke von Donarion, eben Voltwechsel, Voltwechsel war auch schon bei Raikou, und Ele-Volt-Tag richtig gut, ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine gute Attacke, ist das überhaupt ein... Voltwechsel, genau, 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 ja. Müsste aber eigentlich, ist Voltwechsel eine Sofort-Attacke, hat 12 Schaden und 14 Schaden, das müsste eine Sofort-Attacke sein. Ich dachte, es steht hier oben drin, aber hier steht sogar das Wort Sofort-Attacke. Es ist eine Sofort-Attacke, was ganz gut ist, denn das heißt, ich müsste nicht unbedingt ein 100er entwickeln am C-Day. Ich könnte meinen 100er auf Level 50, was ich jetzt schon habe, nehmen und dem danach vielleicht die C-Day-Attacke beibringen, weil es eine Sofort-TM braucht, also eine Top-Sofort-TM dann. Und davon habe ich so viele rumliegen und weiß nie, was ich damit machen muss. Für mich also absolut kein Stress, ich habe meinen Donarion 100% Level 50 schon am Start, da könnte ich nachträglich die Attacke ändern. Es wird wieder eine Spezialforschung zum Community-Day geben, Mabula Rasa, für 1 Euro eben, wo ich immer sage, 1 Euro im Monat für das Hobby ausgeben, kann jeder machen, sollte jeder machen, finde ich immer cool. 4 oder 5 Seiten voll mit irgendwelchen Items, die er dann bekommt, Bonus-Staub, Bonus-EP, der richtigen Begegnung mit dem ausgewachsenen Donarion, kann man auch mitnehmen. Mal gucken, ob mir wieder jemand das Ticket schenkt, dann werde ich den wieder als mein Buddy verewigen mit dem Namen. Der letzte, der jetzt war, war der Heiko, davor war es der Henry. Mal gucken, wer der nächste wird. Event-Boni allgemein. Dreifacher Fang-Staub, das war bei Glumanda ja jetzt schon, doppelte Fang-Bonbons, erhöhte Chance auf XL ab Level 31, Lock-Module halten 3 Stunden, Schnapp-Schüsse gibt es wieder, aktivierter Rauch hält 3 Stunden, also Rauch-Lock-Module 3 Stunden, genau. Schnapp-Schüsse vergesse ich irgendwie jedes Mal. Macht ihr die Schnapp-Schüsse, ich vergesse sie immer. Ein zusätzlicher Spezialtausch, also 2 an dem Tag, und tauschen kostet 50% weniger, wenn ihr also sowieso mit Freunden spielt und dann 100 Stück fangt und der andere 100 und ihr wollt die noch 100 Mal hin und her tauschen, dass das nicht so viel kostet, Chance auf ein Lucky, auf eins noch mit gutem IV zu bekommen, machen ja viele nach dem C-Day. Was ihr auch nach dem C-Day machen könnt, ist eben hier diese Bonus-Raid-Camp, die von 17 bis 22 Uhr stattfinden mit Akub. Das ist die zweite Stufe, also die erste Entwicklung. Nach Mabula vor Donarion kommt Akub. Das könnt ihr besiegen als Herausforderung. Schauen, ob ihr das Solo schafft oder im Duo oder wie auch immer. Leute haben da ihren Spaß dran. Dann erscheinen um die Arena herum für 30 Minuten nochmal in einem Umkreis von 300 Meter oder irgendwas. Weitere wilde Mabula, auch mit dieser erhöhten Shiny-Rate zum C-Day. Wenn euch 3 Stunden nicht reichen, mir reicht meistens 1 Stunde. Es gibt eine befristete Forschung. Das finde ich auch gut, weil genau beim letzten jetzt haben wir auch eine befristete Forschung im Heute-Tab gehabt mit Glumanda, wo man Bonus-Mega-Energie bekommen konnte, um das zu Mega-Glurak zu entwickeln, wer das noch nicht hatte. Hier gibt es eine befristete Forschung im Heute-Tab, nicht im Spezial-Tab. 1-Euro-Forschung ist Spezial-Tab, die ihr kaufen könnt. Im Heute-Tab befristete Forschung, wo ihr am Ende ein Magnetmodul enthaltet. Das finde ich sehr gut, von der Yannick wieder gelöst. Wenn wir Sinusteine nämlich gebraucht haben, um das C-Day-Pokémon zu entwickeln, haben sie euch im Heute-Tab eine Forschung gegeben, wo ihr 4, 5 Sinusteine bekommen habt, damit ihr nicht vorher welche braucht oder dann ohne irgendwas dasteht. Hier könnt ihr Akkubier nur zu Donarion entwickeln, wenn ein Magnetmodul gezündet ist und ihr es dann daran entwickelt. Damit ihr nicht dasteht und keins habt, geben sie euch am C-Day einfach ein gratis Magnetmodul, kostenlos für alle. Sehr cool gemacht, finde ich gut. Feldforschungen gibt es natürlich wieder, wo es Begegnungen mit Mabula gibt. Ihr kriegt Sternstaub daraus, Hyperbälle, andere Sachen. Es gibt wieder Pogestop-Showcases mit Mabula. Mal gucken, ob nur mit Mabula oder ob man da auch Donarion reinsetzen muss. Hier steht jetzt erstmal Mabula. So, Sticker gibt es auch wieder. Ihr könnt besondere Boxen hier in diesem Webstore erwerben, aber habe ich noch nie gemacht. Ich freue mich auf die Showcases. Die Sticker brauche ich nicht. Sucht ihr nach einer Gruppe, da könnt ihr immer mal gucken, ob irgendwo jemand ist und irgendwo spielt am Ende der Welt, wo ihr seid. Ansonsten, ich finde es gut. Dreifach Staub ist richtig cool. Neues Shiny auf jeden Fall. Richtig cool. Showcases cool, macht Spaß. Nochmal eine Gratis-Forschung zu der Ticket-Forschung dazu. Also ich freue mich. Ich werde zocken auf jeden Fall den Mabula Sea Day. Ich hoffe, es ist dann nicht mehr so extrem heiß wie beim Glumanda Sea Day, denn das war richtig brutal. Nächster Sea Day, sehr elektrisierend. Schreibt mal eure Meinung rein, ob ihr euch freut oder nicht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann bei Chill mit Ramses. 20 Uhr. Bis dahin. Peace out for hot. Euer Ramses.